So, herzlich willkommen zum Pressestatement, heute zum Thema Kohleausstieg und Strukturstärkungsgesetz. Herr Minister, Sie haben das Wort. Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger. Es war eine gute Woche für unser Land. Wir haben wichtige Vorhaben beschlossen. Dazu gehört das Konjunkturpaket, das wir gemeinsam beschlossen haben mit Nachtragshaushalt, Mehrwertsteuersenkung, Familienbonus, Überbrückungshilfen im Wert von über 100 Milliarden Euro, von denen viele den Bürgerinnen und Bürgern direkt zugutekommen. Wir haben in dieser letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause die Grundrente beschlossen, die für viele Menschen mit geringem Einkommen die Lebensleistung besser honorieren soll. Und wir haben heute die wohl energiepolitisch wichtigste Entscheidung der letzten Jahre getroffen mit der Verabschiedung des Kohleausstiegsgesetzes und des Strukturstärkungsgesetzes. Wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit einen historischen Meilenstein erreicht. Wir machen damit klar, dass die Energiewende erfolgreich weitergeht. Wir ergreifen einen entscheidenden Schritt zum Gelingen von Klimaschutz. Und wir schaffen es, eine neue wirtschaftliche Dynamik für die davon betroffenen Regionen zu ermöglichen. Erster Punkt, die klimapolitische Bedeutung. Wir haben in Deutschland früh, und das ist vor allen Dingen auch die Leistung der Bundeskanzlerin Angela Merkel, das Thema Klimaschutz national und international auf die Agenda gesetzt. Wir haben uns in Deutschland ehrgeizige Ziele gesetzt. Und wir haben international das Klimaschutzabkommen von Paris zustande gebracht. Wir haben dem Rechnung getragen, indem wir Anfang dieses Jahres die CO2-Bepreisung beschlossen haben. Und wir tragen dem Rechnung, indem wir heute mit einem Gesetz, mit einem Jahrhundertgesetz den Kohleausstieg beenden. Er wird beendet im nächsten Jahrzehnt, so früh wie möglich, mit Kosten, die so niedrig wie möglich sein sollen. Aber es bedeutet, dass nach rund 150 Jahren die Ära der Kohleverstromung in Deutschland zu Ende geht. Das ist ein Einschnitt für viele Betroffenen und Beschäftigten. Und deshalb ist es richtig, dass wir dieses Projekt absichern durch Strukturhilfen für die Braun- und Steinkohleregionen, die davon betroffen sind. Wir geben in den nächsten Jahren rund 40 Milliarden Euro dafür aus, neue zukunftssichere Infrastruktur und Arbeitsplätze zu schaffen. Und das ist das erste Mal, dass wir einen Strukturwandel mit einer aktiven Strukturpolitik zugunsten der Menschen begleiten. Nicht nur, indem wir Anpassungsgeld zahlen für diejenigen, die früher in den Ruhestand gehen, sondern vor allen Dingen dadurch, dass wir neue zukunftssichere Arbeitsplätze fördern werden. Wir leisten damit gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Gelingen von Klimaschutz. Denn die CO2-Emissionen durch Kohlekraftwerke, Steinkohle und Braunkohle betragen ungefähr ein Drittel der CO2-Emissionen unseres Landes insgesamt. Dieses Drittel an Emissionen wird in den nächsten Jahren zunehmend weniger werden. Ich bin optimistisch, dass wir unsere Ziele in erheblichem Umfang bereits vor dem offiziellen Ausstiegsdatum schaffen können, weil die Entwicklung der Energiepreise, insbesondere der Gaspreise weltweit, dazu beiträgt, dass die jetzigen Kohleerzeugungskapazitäten weniger zum Einsatz kommen und stattdessen durch erneuerbare Energien und durch Gaskraftwerke ersetzt werden. Ich bin mir sehr sicher, dass wir in diesem Jahr unser 2020-CO2-Ziel erreichen werden, eine Reduzierung um 40 Prozent. Und es macht deutlich, dass Deutschland nach wie vor eines der führenden Länder in diesem Bereich ist. Es gab Kritik von Seiten einzelner politischer Parteien, dass doch eigentlich durch den Verfall der Gaspreise und die Entwicklung der Strommärkte das Gesetz nicht ambitioniert genug sei. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die beteiligt, die Kritiker hätten ja dann auch auf das Gesetz gedroht verzichten können, um dem Markt die Entwicklung zu überlassen. Das wollte niemand von den Kritikern, weil wir eben dieses Ausstiegsgesetz so machen, dass es über den Zeitraum auch dann wirkt, wenn Kohleverstromung irgendwann wieder attraktiver sein sollte, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und es gibt Rechtssicherheit. Es ist wirtschaftlich verträglich und sozial ausgewogen. Und damit können sich alle darauf einstellen und rechtzeitig die weiteren Schritte machen. Das Paket ist insofern historisch, als wir vor weniger als zehn Jahren den endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen haben. Wir haben innerhalb dieses Zeitraumes praktisch jedes Jahr weitreichende gesetzliche Regelungen verabschiedet, oft auch im parteiübergreifenden Konsens. Das Asse-Gesetz, das Endlagersuchgesetz. Wir haben 23 Milliarden Rückstellungen für die Endlagerung von den Energieversorgern auf den Staat übertragen und damit für künftige Generationen gesichert. Wir haben dafür gesorgt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien wesentlich effizienter und preisgünstiger geworden ist, indem wir zu einem System der Ausschreibungen übergegangen sind. Wir haben den Stromleitungsbau beschleunigt, indem wir übergegangen sind zum Prinzip der Erdverkabelung für die großen HGU-Leitungen und indem wir mit den Ländern gemeinsam ein völlig neues System der Zusammenarbeit bei der Überwachung des Ausbaus beschlossen haben, im vorletzten Jahr, das inzwischen Früchte trägt und wo man den Beschleunigungseffekt deutlich erkennen kann. Das alles bedeutet, dass der Weg in die Dekarbonisierung, in die CO2-freie Gesellschaft mit dem heutigen Tag unumkehrbar geworden ist, dass wir uns jetzt der Frage zuwenden müssen, wie können wir es erreichen, dass wir unsere Klimaziele jenseits des Energiebereichs, des Strombereichs, der für ein Drittel steht, auch in den anderen Industriebereichen schaffen können. Darüber werde ich einen Dialog mit den Beteiligten führen. Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren. Wir wollen den Strukturwandel positiv gestalten. Deshalb geben wir für die Menschen und die Reviere bis zu 40 Milliarden Euro aus bis 2038 und zusätzlich Anpassungsgeld für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir werden es so machen, dass die älteren Braunkohlekraftwerke komplett bis zum Ende der 20er Jahre vom Netz gehen. Es gab bis zum Schluss noch Diskussionen und auch unterschiedliche Interessen, wann welches Kraftwerk abgestaltet wird. Dies haben wir in einem großen Konsens auflösen können. Wir werden bis zum Ende der 20er Jahre vor allen Dingen die alten Blöcke in Westdeutschland abschalten. Wir werden dann in den 30er Jahren die neueren Blöcke abschalten und die ganz neuen zum Schluss, entweder spätestens 2038 oder einige Jahre früher, 2035. Das hängt von der tatsächlichen Entwicklung ab. Wir hatten bereits vor mehr als vier Jahren das Emissionshandelssystem auf europäischer Ebene mit deutscher Unterstützung reformiert. Dieses Emissionshandelssystem funktioniert. Die Zertifikatspreise liegen derzeit über dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Und sie sind trotz des niedrigen Stromverbrauchs, trotz des Rückgangs des Energiekonsums nicht eingebrochen, sondern weiterhin auf hohem Niveau. Das heißt, die Beteiligten stellen sich darauf ein, dass CO2 teurer wird und dass es deshalb notwendig ist, sich rechtzeitig darauf einzustellen. Bei den Steinkohlekraftwerken gehen wir den Pfad über Ausschreibungen. Auch das ist für die Beteiligten planbar. Es ist für den Staat im Übrigen die günstigste Lösung, weil wir damit einen Anreiz setzen, mit niedrigen Geboten den Zuschlag zu erhalten. Diese Ausschreibungsverfahren laufen bis zum Jahre 2027. Kraftwerke, die nach 2030 übrigens stillgelegt werden, sollen grundsätzlich dafür keine Entschädigung erhalten. Und sollte es dazu kommen, dass wir den Ausstieg von 2038 tatsächlich auf 2035 vorziehen können, was ich gerne möchte, dann wird es nicht zu weiteren Zahlungen an die Kraftwerksbetreiber führen. Wir haben noch mit Hilfe der Fraktionen in der letzten Minute in dieser Woche einen sehr attraktiven Umrüstbonus vorgesehen. Der war im Gesetz drin, ist jetzt mehr als verdoppelt worden. Das heißt, wir können bei jüngeren Kohlekraftwerken eine Umrüstung auf Biomasse oder auf klimafreundlicheres Gas finanziell unterstützen. Und das bedeutet, einen Anreiz dazu schaffen, dass akzeptierte Standorte für Kohlekraft-Wärme-Kopplung dann sehr schnell auch ohne Kohle weiter funktionieren werden. Wir haben unser Ausbauziel für erneuerbare Energien auf 65 Prozent im Jahr 2030 angehoben. Wir haben alleine in diesem ersten Halbjahr einen Anteil an der Stromversorgung bereits von über 50 Prozent realisiert. Das hat auch etwas mit der Corona-Pandemie zu tun. Aber es zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir dieses Ziel von 65 Prozent auch erreichen werden, möglicherweise einige Jahre früher. Wir haben in der vorletzten Woche den Photovoltaikdeckel abgeschafft. Wir haben klare Regeln zum Abstand von Windrädern beschlossen, die den Bundesländern ein Opt-in ermöglichen und auch damit ein ausgewogenes Paket. Es wird in der zweiten Jahreshälfte eine große EEG-Novelle geben, wo wir unter anderem dann auch Bürgerstrom auf Mieterstrom regeln werden, wo wir viele neue innovative Fragen regeln wollen. Das alles werden wir Ihnen zu gegebener Zeit mitteilen. Wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt vor allen Dingen die Verpflichtung, in Zukunftsindustrien zu investieren. Das tun wir auch im Rahmen des Strukturwandels. Wir bauen neue DLR, das ist Deutsches Luft- und Raumfahrtinstitut, Institute auf, an verschiedenen Stellen in Jülich, in Aachen, Merzbrück, in Cottbus, in Kochstädt, in Sachsen, Anhalt. Wir eröffnen Reallabore zum Gelingen der Energiewende und zum Gelingen der Wasserstoffstrategie. Wir wandeln ausgewählte Steinkohlekraftwerksstandorte um in Standorte, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und das alles zeigt, dass wir mit großem Ernst und großer Seriosität dabei sind, die Energiewende und unsere Anstrengungen zum Klimaschutz zum Erfolg zu führen. Und weil das so ist, war das heute eine wichtige und eine richtungweisende Entscheidung. Vielen Dank, Herr Minister. Wir haben Zeit für einige wenige Fragen. Ich frage kurz, ob es hier im Raum Fragen gibt, sonst gehen wir dann noch zu den Zuhörern. Hier im Raum scheint das nicht der Fall zu sein. Dann habe ich zwei von den Zuhörern. Einmal Klimareporter, fragt zur Kritik der Umweltseite. Wie rechtfertigen Sie die Entschädigungszahlung für Braunkohlebetreiber? Hätte das nicht der Markt günstiger organisieren können? Man kann entweder das eine haben oder das andere. Man hätte es dem Markt überlassen können und dann hätte man mit ein bisschen Glück gesehen, dass diese Kraftwerke irgendwann zum Ende des Jahrzehnts, zum Beginn des nächsten Jahrzehnts aus dem Betrieb gehen. Oder aber man greift staatlicherweise ein, weil man eben nicht wissen kann, wie die klimapolitischen Bedingungen Anfang der 30er Jahre sind. Und da es der Wunsch war des Parlaments und der Koalitionsfraktionen, aber auch unterstützt von den Umweltverbänden und vielen anderen, dass wir einen Ausstiegszeitpunkt festlegen, ergab sich daraus dann natürlich auch die Entscheidung, die dadurch vom Staat verursachten, Konsequenzen abzufedern, indem man entsprechende Entschädigungszahlungen vereinbart. Ich halte das für richtig, weil die Masse der Entschädigungen auch dafür eingesetzt werden wird, Flächen, die der Braunkohletagebau in Anspruch genommen hat, zu rekultivieren, so wie das seinerzeit den Bürgerinnen und Bürgern versprochen worden ist, die Kraftwerksstandorte zurückzubauen, neue Investitionen in umweltfreundliche Energien zu tätigen. Und das alles ist aus meiner Sicht eine Lösung, die man gut vertreten kann. Und dann noch eine abschließende Frage, noch mal zum Thema Strukturwandel von der Zeitschrift für kommunale Wirtschaft. Wann kommt die Bund-Länder-Vereinbarung? Wir sind ja an zwei Stellen mit Vereinbarungen beschäftigt. Das eine ist der öffentlich-rechtliche Vertrag mit den Betreibern und das andere ist die Bund-Länder-Vereinbarung. Ich gehe davon aus, dass wir das nach der Sommerpause, nicht allzu lange danach, aber nach der Sommerpause dann in den entscheidenden Punkten endverhandeln und auf den Weg bringen. Dann vielen Dank, Herr Minister und vielen Dank für Ihr Interesse hier und bei den Zuhörern. Vielen Dank. Vielen Dank.